Ja, 6.8. abends um, äh, schieß mich tot, viertel nach neun. Ich hab mir gerade einen Kaffee gemacht, einen Alkoholfreien. Das sind noch 29 oder knapp 30 Grad draußen. 30 Grad. Irre, ne? Na gut. Ich warte mal ab, dass es ein bisschen kühler wird, heute Nacht. Jetzt geh ich erstmal wieder auf die Couch. Okay.